Auch wenn Babys uns Erwachsenen nicht antworten können, neigen wir dazu, ihnen alles und nichts zu erzählen. Jedes noch so kleine Detail erklären wir ihnen. Und das ist genau richtig, wissen WissenschaftlerInnen zu beurteilen. Aus mehreren Gründen. 1. Viel hilft viel. Je mehr Worte ein Baby hört, umso besser entwickelt sich sein Sprachlernen und späteres Lesevermögen. Wichtig dabei, langsam und deutlich, aber bitte auch grammatikalisch richtig sprechen. Verniedlichungen und Babysprache am besten vermeiden. 2. Viele Worte starke Bindung Babys entwickeln allein beim Zuhören soziale Fähigkeiten. In der Regel sprechen wir nämlich mit höherer Stimmlage und extra freundlich mit ihnen. Wir agieren auch vorsichtiger oder liebevoller miteinander, wenn das Baby dabei ist. Das schafft ganz viel Vertrauen. 3. Viele Worte viel Gefühl Schon früh vermitteln wir unseren Kindern Gefühle, beispielsweise wenn wir uns freuen, weil sie lachen oder wenn wir mit ihnen traurig sind, weil sie weinen. Egal ob verbal oder nonverbal, Kinder lernen von uns, sich selbst zu verstehen. 4. 6. 18.